Hallöchen ihr Lieben und Willkommen zu einem ganz kurzen Infovideo bezüglich The Long Dark. Ich werde die erste Staffel hier beenden. Also es kommen keine neuen Folgen mehr zur ersten Staffel jetzt. Die ist beendet und wir sehen uns dann einfach in der nächsten Staffel wieder, wann auch immer das sein wird. Und dann spielen wir nicht mehr als Pilger, sondern als Reisender. Was heißt, ich werde sterben aufgrund von Wolf- oder Bärenattacke? Da können wir uns, glaube ich, schon drauf einstellen. Ja, das war auch schon alles, was ich wollte. Viel Spaß heute noch. Ciao!